Ja, es läuft zu schneiden. Gehst du jetzt nach hier oder gehst du nach da? Das ist doch zum Katzen. Ja, nun nehm ich eigentlich schon auf? Ich hab keine Ahnung. Ja, was wollen denn das? Was hat der Mann immer mal Jinglebells? Weihnachten ist so vorbei. Oder willst du meine Eier rösten, weil du keine mehr hast? Ich weiß gar nicht, wie ich sitzen soll. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Komm, komm, wo ist er denn? Natürlich ist er da. So, erst mal in so'n Ding verstecken vor so'n Viech. Und er findet mich natürlich. Soll ich lutschen? Joa, Arschlecken. Mein Freund. Nicht mit mir. Aber jetzt... Jetzt bin ich wieder bei den... Silber. Batterie. Da ist er. So. So. Ich bin mit ihm. Mann! Mann! weg da gehe ich ausloben was muss ich ich muss ich muss das gas abstellen muss irgendwo ein schalter sein man kann doch bloß in dem mitte den jetzt hier sein irgendwo so bitte jetzt nicht wundern das spiel ist gerade komplett zusammengebrochen also hängen geblieben bla und ist egal wenn jetzt noch mal irgendwo batterien oder sowas kommen ich musste quasi noch mal neu laden also euch jetzt bitte nicht wundern warum weshalb deswegen das heißt ich darf jetzt noch mal es ist ja nicht viel passiert ich habe glaube ich muss eine batterie gefunden und bin ja trotzdem noch kein stück weiter das heißt die zuge ist hier noch mal ganz in ruhe alles ab und wie ich feststelle ja 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 da hast du mich wieder ja hast du mich gefunden ja du lütscher wir rennen jetzt einfach mal hier alles ab weiter geh doch mal durch hier lass mich lass mich ja sacken nützcher entschuldigung ist so hier war ja nichts weiter hier war nichts weiter da ist nichts weiter kann ich hier was machen ja ist auch gut bin ich blöde man sagt es doch einfach wir funden so ach shit gelangen zum funkgerät im gefängnis wenn ich jetzt noch annähernd wüsste wo das funkgerät im gefängnis ist geschweige denn wo das gefängnis ist was heißt jetzt kann ich hier wo durch lass mich ab durch ach shit ich denke mal das war es doch schon batterie bin ich von hier gekommen vorhin ich weiß es gerade nicht doch ich glaube ja 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 so habe ich mir das vorgestellt hier haben wir nichts und hier sehen wir nichts ach draußen schön ich kann mich entsinnen dass hier irgendeine stelle kam im trailer glaube ich wo ich mir gleich hier immer nicht in der hose kacken könnte wenn du mich erschreckst schneide ich dir was ab hier ist nichts hier ist nichts du hast nichts du hast nichts ne hast du nicht oh weh hier kommt gleich wer aus dem nebel oh gott da ist die tür offen du sitzt auch bloß so rum kann ich hier unten rein wahrscheinlich nicht nein das heißt ich muss wohnen oder übel also ich habe keinen bock ich habe da absolut keinen bock gerade um zu gehen ich weiß hier kommt gleich was mit sicherheit kommt hier gleich was boah boah bin ich gerade eingespannt scheiße ach ach was war'n das ach kack zu 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 hallo zu batterie bitte Wer? 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 Ja ja, haut ruhig ab. Wollen wir da? Kann ich hier rein? Ne, hier ist zu. Hier ist nichts, hier muss ich durch. So. Zocken wir mal Basketball, ja? Hier ist der Hölle los. Warum nicht? Was ist denn los, Junge? Mach doch mal die Tür auf, du warst doch gerade eben. Du hast doch gesehen, dass ich hier komme. Telefon. Nichts weiter, nichts weiter. Hä? Hier geht es nicht lang, da geht es nicht lang. Hier können ich mich verstecken, brauche ich aber nicht. Was sagt der Uhr? 10 nach 9. Alles zu. Hochklettern geht nicht. Die Tür ist hier auf. Hä? Ist das ja einfach nur zum Gucken gedacht, oder? Ach so, danke. Zu. Er hat ein erstklassiger Knickbruch gehabt. Da geht es lang. Hier geht es nicht lang. Aber hier geht es lang. Aber hier geht es lang. Muss ich da lang, oder muss ich hier lang? Okay, ich muss wahrscheinlich hier lang. Könnt ihr nicht mal alle ein paar Batterien für mich haben? Wieviel. Wie viel habe ich denn jetzt noch? Vier. Hier ist nichts. 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 Aber von dem Teil hier war doch nichts in dem Originalspiel, oder? Also in dem Hauptspiel, wenn ich mich richtig entsinne. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Aber Treppe hoch. Oh ja. Oh, hier ist Licht. Da oben ist heller. Oh, das sieht bloß so aus. Es sah bloß so aus. Nein. Nein. Hier lang. Oh ja. Oh nein. Nicht die Säcke, Wörter. Wieso gab es denn die hier auch schon? Die haben mir gerade noch gefehlt. Er ist der Kreissägen Louis, den sein Akku nie alle wird. Und dann dumm und dümmer auch noch. Beste mich in Ruhe. Nenni, Nenni. Was ist mit Hanni und Nenni? Was spielt ihr hier Basketball? Mit Köpfen? Ja, ja. Ab hoch hier. Los, komm schon. Kletter, kletter, kletter. So, wo bin ich jetzt? Gefängnis. Ab rein hier. Dokumente. Batterien habt ihr nicht. Ich müsste mal die Dokumente noch lesen, aber ich will gerade erstmal in Sicherheit sein. Ohne Nebel. Wieso? Wieso? Warum brennt denn der Not da? Auch nichts. Wie heißt das, wenn Ratten in die Richtung laufen, dann soll man mitlaufen? Ja, die laufen immer dahin, wo es wieder zum Leben geht. Ja, toll. Das läuft ja nach da und ich gehe nach hier. Oh, wie weit soll ich jemanden... Noch hoch. Ah, Billy war das. Genau, nicht Kevin. Überall liegen hier Funkgeräte. Und ich suche nach einem Funkgerät, obwohl ich einfach mal eins klauen könnte. Ja.